So, wir sind auf Sendung. Hallo, ich begrüße euch bei Bunte Tintetattoo. Ein neuer Tag, ein neues Tattoo. Heute habe ich den Max zu Besuch. Der Max wünscht sich eine Lady von mir auf dem Unterarm in einem düsteren, dunklen Stil. Ich habe da schon mal vorbereitet, beziehungsweise er hat so ein bisschen gezeigt, was ich machen soll, was er sich vorstellt. Genau, und ich nehme euch mal mit, wir gehen rein und wir sehen uns dann beim Stänzl. Bis gleich. Das Problem ist bei unserem Max hier, bestimmt schon erwähnt, dass er jetzt sehr dünn ist, aber auch sehr schmal gebaut ist. Wir wollten jetzt eigentlich eine andere Praline hier außen drauf machen, aber da das so blind ist, hast du dann eigentlich nur Nase, Mund, so ein bisschen drauf und das ist ja ein bisschen ein Zweck. Da haben wir uns umentschieden, haben das Motiv genommen. Wo ist es denn hin? 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 So, hier. Warte mal, mach es mal. Gut, genau. Ich habe sie jetzt hier hin, so hin. Wie hat man ja gesagt. Genau, sieht jetzt erstmal aus wie nichts, aber das werden wir dann vermeiden, wenn wir so weghauen und so alles da rein machen, den Flo, aber ich fange jetzt mal so an, den Rest mache ich dann, dass ich das erstmal fertig habe, ich kann auf alle Fälle schon mal den ein bisschen unten nachzeichnen, hier, das wollen wir hier haben, hier oben, Flo, ja, aber ich das machen wir dann, Max, machen wir erstmal das Stück hier, genau, und dann den Rest, ja, muss ich sagen, okay, lassen wir erstmal trocknen, alles, ah, so geht's, genau, erstmal trocknen lassen, alles, ich mache meine Station ready und dann geht's eigentlich, so, hallo, hallo, hier, habt ihr angefangen? Nein! Habt ihr aufgehört? Ja, ja, ich höre auf, so ist's. Ach so. Und da muss ich mal ein bisschen her, schön schwarz zu machen, weil Elemente rein zu machen, ich arbeite mich jetzt nach oben, schauen wir mal her, was für Max wenn man es wegsteckt, Ja, oder? Ja, immer gern. Das ist ja gespannter. Klar, kriegst du hin, oder? Gibt ja hin. Ist doch gelacht. Ist ja nicht so groß. Nee. Stimmt, eigentlich ist ja nicht groß. Stimmt, eigentlich geht nicht über den ganzen Arm, hab recht. Geht nur über den Hals. Jedenfalls Spaß, weil da kann man schön mit unseren Rasten spielen, oder müssen wir mit unseren Rasten spielen. Und so ein bisschen hell, immer schön, ne? Wir müssen uns wieder mal schauen, hier. Wir müssen mal wieder weg, können wir von Seiten schauen. Ja. Ja, das ist natürlich auch der Anfang. Schön ist das. Ja, das ist natürlich auch der Anfang. Der Anfang vom Ende, Max. Der Anfang vom Ende, Max. Das sieht schon... Das sieht man schon, Max. Jetzt schön cool aus. Doch. Auch nicht verschreiben. Nein, überschreiben wir nicht. Das ist nie groß am Löcher. Boah. Gut. Wir sehen uns. Spätestens in vier Wochen. Hast du jetzt schon weitergekommen? Nee. Wir probieren die ganze Zeit. Wir kommen einfach nicht weiter. Am besten hören wir auf, oder? Was? Am besten hören wir auf, oder? Ja, hören wir auf, ja, ja. Das ist ja lustig. Kennst du? Oh, kommt die Sonne rein, hä? Lass die Sonne in dein Herz. Wenn der Vorsitz geht's. Und die Augen himmelwärts. Das hat eine schöne Haut, ne? Max? Das muss ich ja gut haben. Wenn du den Arm halt misch. Boah. Du bist echt krass, ey. Du bist echt krass. Warum? Ja, das ist echt krass. Du bist zu diskriminierend. Okay. Könnt man das vor Ort? Ich tuch die. Nee. Tuch was? Ja. Die kann man heute eigentlich sagen. Ja. Schön. Schön, 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 Lütschi. Also der Hauttyp hat er echt top, ne? Musst du echt sagen. Echt, geil. Der wird ja noch echt Spaß, ja. Ich bin heller. Gut, keine Laubfälle. Ne? Genau, die ist gut. Die gute Kellerbräune. Schön. Folgt uns auf Twitch, Twitch, Twitch und Instagram. Instagram Bundetinde Tattoo. Facebook Bundetinde Tattoo. Das ist mir eigentlich schon ein schöner Schwert an. Gibt vier bei Bundetinte. Einfach E-Mail schreiben und bestellen. Genau, wir können das über E-Mail bestellen bei uns. Frauengrößen, Männergrößen. Maxgrößen. Maxgrößen gibt es auch. Alles da. Alles da. Hoodies gibt es auch. Noch ein paar. Hoodies kommen aber auch neue rein jetzt. Hoodies kommen bald neue rein, genau. Ganz viele. Das ist geil. Jetzt für ein Herz, das fetzt. Denk ich auch. Gibt es aber auch mit weißer Schwert, ne? Schön Chins auch. Das ist jetzt schön Gold. Gibt es auch mit weiß. Schau zum Taddel. Wann? Machst du eigentlich jemand? Nein, du. Machst du. Machst du. Das ist schon Phenomenal, ne? Tut's weh, Max? Ach, nö. Ach, nö. Doch, doch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind back on... Wir sind so weit? Wir sind schon. Wir sind back on stop. Ja. Und was? Back on stop heißt das so nicht. Ich weiß nicht. Zurück auf Lager, oder? Heißt das doch auf Deutsch. I don't know. Mein Englisch ist nicht die Yellow von der Eck. Nein. Mai auch nicht. Mai auch nicht. Max sagt mir ein bisschen tut immer weh. Ja, das... Ich kann mir gar nicht vorstellen. Das spiegelt mir, oder? Ja. So. Das ist recht. Kann er irgendwie noch mal? Hier ist der Wasser. Ja, doch. Hier ist der Wasser. Das spiegelt trotzdem. Also unsere Lips. Unsere Lips, na? Mhm. Ist er? Ja. Okay. Ein bisschen. Hallo? Hast du also eine Kundin aus Dips hier drüben sitzen bei dir? Äh... Ich denke es nicht noch. Wenn ich frage das. Ich mache das. Ich mache das drüben. Ja. Ach, liegt es an oben? Ich glaube nur irgendwie. Sitz so davor. Ja. 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 Das ist mittlerweile ja. Etwas mehr, ja. Jetzt ist es so gekehlt. Da macht's ja jetzt ja einen Keller und Freitag mal eine Runde. Und da würde er uns nicht. Ach Gott, das geht schon noch mal. Ja, 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 klar, zwei machen, Maxi, Maxi vor allen Dingen. Wir haben uns den mal gucken gehen, ob es dir gefällt, kannst du es behalten. So, wir sind fertig. Maxi hat sein Frauenportrait bekommen, er ist zufrieden, das freut mich immer wieder. Und denkt daran, Pflegeprodukte, Hassler Butter unter unseren Links hier bei YouTube, da könnt ihr die bestellen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Denkt daran, Instagram sind wir auch, ne, Bonnet-Hinti-Tattoo. Könnt ihr uns abonnieren und uns folgen und uns, boah, was weiß ich noch, was wir alles da machen, gruscheln, klittern. Egal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus und bis dann. Ciao. 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 Ciao.